Guten Morgen! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich dachte, ich schmeiße mal die Kamera an. Ich habe mir gerade Frühstück gemacht. Zwei Brote mit Margarine und Salami. Das ist hier das Endstück von so einem Paderborner. Die esse ich eigentlich nicht so gerne, aber wir schmeißen die sonst immer weg und das ist so voll zu schade. Das ist so viel Brot, weil wir echt viel Brot essen und dann landet so viel im Müll. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, die wenigstens ab und zu zu essen. Ja, die sind immer so dick, obwohl die von Geiping in der Maschine geschnitten sind. Da hätte ich jetzt erwartet, dass die dünner sind. Naja, egal. Ich esse sie trotzdem. Wenigstens ab und zu. Entschuldigtes Brummen im Hintergrund. Das ist wie immer die Spülmaschine. Die wird immer lauter. Unglaublich. Ich habe gerade zwei Videos gedreht. Einmal ein Schwangerschaftsupdate, 34. Schwangerschaftswoche und dieses Interview an mich selber, wo ich Fragen zur Geburt beantworte, da musste ich die ausmachen, die Spülmaschine, weil das halt mega stört. Das ist jetzt halt ein Vlog. Die stört jetzt auch, aber im Vlog ist halt Alltag. Und im Alltag, da läuft die Spülmaschine. Ja, Bernd hat hier sein Handy vergessen heute, das Firmenhandy und das bimmelt die ganze Zeit. Ich gehe gleich mit Smurfy zum Laden und ich muss auch noch ein bisschen Buchhaltung machen. Das mache ich immer im Laden, da ist halt alles so der Drucker und so. Hier ist der noch nicht vorbereitet, deswegen mache ich das da alles. Und dann bringe ich ihm sein Handy mit. Aber jetzt frühstücke ich erstmal und ich habe hier schon die Liste angefangen für nächste Woche mit Essen. Ihr wisst ja, wir machen immer so ganz hausfrauenmäßig hier so eine Liste, was wir essen und was wir einkaufen. Also so voll der Schmierzettel. Ich schreibe das dann immer nochmal ab. Bei uns geht ja immer der Bernd einkaufen. Zum Glück, ich habe echt Glück, dass mein Mann so gerne einkaufen geht. Und früher haben wir immer vom Montag bis Sonntag einen Essensplan gemacht. Und jetzt, weil Bernd mittwochs frei hat, haben wir den Rhythmus geändert. Mittwochs bis Mittwochs oder halt Mittwochs bis Dienstags oder so. Dass das passt. Sonst war das voll lange. Wenn wir montags einkaufen gehen, so wie früher und dann bis Mittwochs ist das jetzt ein bisschen lange. Deswegen gibt es jetzt erstmal Linsensuppe, haben wir eingefroren. Dann serbische Bohnensuppe haben wir eingefroren noch. Gefüllte Paprika haben wir noch eingefroren. Und ab Donnerstag gibt es dann halt die Sachen, wofür eingekauft wurde. Paprika, ach nicht Paprika, Kohlrabi mit Kartoffeln und Cordon Bleu. Also wir haben gestern so eine Kochsendung geguckt und da hatten die Kohlrabi gemacht, Kohlrabi-Gemüse gekocht. Und da haben wir gesagt, jo, das könnten wir auch mal wieder machen. Total lecker. Da könnte man auch Möhren mit reinmachen, stellt mir gerade ein. Auch lecker. Schreibe ich dazu. Möhren. Freitag und Samstag machen wir Pizza selber. Sonntag macht der Bernd einen riesen, riesen Topf Gyros-Suppe. Da essen wir dann zwei Tage von. Und wir werden noch was einfrieren. Denn wir bereiten uns so langsam auf die Phase oder Zeit des Wochenbettes vor. Und ja, da wollten wir halt immer ein bisschen mehr kochen von so Sachen, die man gut einfrieren kann. Das ist jetzt bei uns diese Woche dann Gyros-Suppe. Linsensuppe habe ich auch schon eingefroren fürs Wochenbett, dass wir da halt nicht so oft bestellen müssen. Oder, ne, dass man einfach auftauen kann. Und dann habe ich so mega Lust auf Nudeln mit Sahnesauce. Da wollten wir vielleicht Champignons mit reinmachen. Mal schauen. Das gibt es an zwei Tagen. Ich schreibe mal hier noch Champignons auf. So. Genau. Und diese Woche geht der Bernd im Real einkaufen. Früher, als wir noch so Fleisch und alles gegessen haben, da habe ich halt noch mehr nach Angeboten eingekauft. Habe mir halt die Fleischsachen geguckt, die im Angebot sind und habe dann so drumherum gekocht. Das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Deswegen gucke ich zwar auch die Angebote. Was haben wir jetzt diese Woche aus dem Angebot? Sag ich euch sofort. Einmal der Heinz-Ketchup. Der Bernd sagt immer, der Heinz-Ketchup schmeckt ihm besser als dieser billige Tomaten-Ketchup. Und deswegen, wenn der im Angebot ist, dann holen wir den. Und deswegen habe ich den aufgeschrieben. Und diese Tomi-Remoulade, wie in so einer Zahnpasta-Tuba, die soll auch besser schmecken. Die ist auch im Angebot. Und deswegen steht die auch auf der Einkaufsliste. So. Jetzt frühstücke ich aber erstmal. Das ist so kalt heute. Draußen waren heute Morgen... Ich mache mal so. Und sie geht besser mit dem Licht. Draußen waren heute Morgen, als wir spazieren gegangen sind, minus 6 Grad. Also alles so reif und eingefroren und alles. Und der Kamin war ja natürlich aus heute Nacht. Ihr wisst, wir heizen mit dem Kamin hier. Was für uns auch noch neu ist. Und das war jetzt die kälteste Nacht, seitdem wir hier sind. Und wir hatten heute Morgen so 18 Grad hier unten. Boah, das war schon echt frostig. Und jetzt ist hier... Da habe ich erstmal alles reingeschmissen, damit die Glut so richtig schön... Seht ihr das? Jetzt ist es ja richtig heiß. Jetzt haben wir schon 22 Grad hier. Also man gewöhnt sich wirklich an diese Hitze, sage ich euch. Wir haben hier so im Durchschnitt zwischen 23 und 25 Grad durch den Kamin. Und das ist richtig angenehm. Das ist so eine schöne Wärme. Und ich habe ganz viele Tipps von euch bekommen, wie ich den reinigen soll und so. Ich bin mich immer noch so am Ausprobieren. Wie ich den anzünden soll, habt ihr mir Tipps gegeben. Wir hatten die bestellt, weil wir die nirgendwo kriegen. Das sind ja so Grillanzünder, ne? Diese weißen. Die hatten wir bestellt bei Amazon. Ganz viele. Weil Bernd sagte wohl, die gibt es nicht so, weil halt Grillanzünder hauptsächlich im Sommer benötigt werden. Und deswegen haben wir die ganz viele bei Amazon bestellt. Ein Riesenpaket und die sind auch super. Allerdings wurde mir jetzt gerade in die Kommentare geschrieben, dass es auch so andere gibt. So mit Wachs durchzogen getränkt, die halt umweltschonender sein sollen. Ich weiß es nicht. Also ich probiere mich noch an allem aus und ich danke euch für die ganzen Tipps, die ihr mir immer gebt. Und jetzt gehe ich mal eben Holz holen. So, mit meinem schönen Körbchen. Wir hatten uns ja diese Briketts geholt. Holzbriketts und Kohlebriketts. Kohle würde ich nicht nochmal holen. Das stinkt halt manchmal echt, ne? Also ich würde echt lieber Holz nehmen. So, mal richtig einheizen hier, ne? So ein bisschen Resteholz. Unbehandeltes. Das wird alles verfeuert. So, ich habe heute die schöne Aufgabe Babysachen waschen. Vorbereitung fürs Wochenbett. Ich habe hier noch so Mullwindeln. Die sind sogar noch von Calvino. Die wasche ich natürlich nochmal durch. Dann hat meine Freundin mir Mullwindeln geschenkt. Die sind noch neu. Also sie brauchte sie nicht. Die wasche ich durch. Und unsere Babyanziehsachen. Wir haben ja nicht so viel. Ein bisschen was werde ich vielleicht noch holen. Ich weiß es nicht. Aber ich werde jetzt mal die ganzen Preisschilder abmachen. Und das sortieren. Also halt, ne? Hell und dunkel. Und dann waschen. Weil, ne? Noch sechs Wochen. Das kann auch mal schnell gehen irgendwie. Fühle ich mich sicherer, wenn ich die Sachen gewaschen habe. Ich wasche immer die Wäsche. Und dann hole ich die Sachen, die nicht in den Trockner sollen, raus. Und dann schmeiße ich den Trockner an für die Sachen, die getrocknet werden dürfen. Das ist ja auch voll super bei Hundehaaren und so. So was zieht der Trockner ja alles raus. Voll cool. Ich glaube, das hier kann alles getrocknet werden. Okay. Alles wieder rein. Suppi, suppi. Wir haben hier oben im HWR so eine, ist das eine Halogenlampe? Keine Ahnung. Und Bernd hat sich gewünscht, dass wir hier eine Lampe installieren mit Bewegungsmelder. Dass wenn man reinkommt, direkt das Licht angeht. So voll praktisch. Dann hat er gestern eine bestellt. Bin ich ganz gespannt, wie die so ist. Das ist bestimmt angenehm. Boah, das ist so schön. Das ist ja wie eine Decke schon fast. Wow. Boah, ist das groß. Was ist das denn für ein Spucktuch? 1,10 Meter mal 1,10 Meter. Also das bräuchte ich nicht zum Windeln, zum Wickeln nehmen. Voll riesig, aber schön. Ja, mache ich die Schilder ab, wenn welche sind. Ich suche immer noch die besten Kamerapositionen hier bei uns im Haus, wo ich die am besten abstellen kann, dass ihr maximal den Effekt habt, was zu sehen. Mein Gott, schaut euch das mal an. Das ist Größe 56 und ich weiß, das ist zu groß am Anfang. Oh mein Gott. So ein kleines, süßes Wesen. Und ich habe schon so gesagt, so Bernd so langsam kriege ich echt Muffensausen. Also jetzt nicht so nur vor der Geburt, sondern auch so einfach, unser Leben wird sich wieder mal komplett ändern. Komplett. Alles wird anders sein und das ist unwiderruflich. Darf man das so sagen? Also klar freue ich mich total, aber ich habe auch echt Respekt davor, nochmal so von vorne anzufangen. Diesmal nutze ich die Zeit richtig im Wochenbett und werde das richtig abheilen lassen alles und so. Das habe ich damals nicht gemacht, das habe ich euch auch alles in dem Schwangerschafts-Update erzählt, was ich da so geplant habe oder wir eher gesagt. Und ich denke mal, dann wird das auch alles einfacher diesmal. So süß, ne? So süß, schaut euch das an. Mit so Imitationsknöpfe, die gar nichts bringen, aber sie sind da. Die hier, die hat sogar echte Taschen, was ein Baby auch immer da reinstecken soll. Ja, Mullwindeln kann man ja echt nie genug haben. Wir wollen ja mit Stoffwindeln wickeln oder halt abhalten. Aber, ja, die kann man, also ich finde die so praktisch, man kann die ja halt, wenn man jetzt stillt, so in der Öffentlichkeit, kann man die so drüber machen, dass man nichts sieht oder die anderen nichts sehen. Als Spucktücher oder halt zum Wickeln nehmen. Da schaue ich mir schon immer Videos an, weil ich das ja damals nicht gemacht habe und dass ich das diesmal weiß und dem Bernd das zeigen kann. Und ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das diesmal so vorstellen. Damals, da war das alles so, da hat man gar nicht so drüber nachgedacht. Da war das alles, das war einfach so. Da hat man Windeln gekauft und sonst, keine Ahnung. Da habe ich gar nichts vorbereitet. Naja, Vorbereitung und Planung ist das halbe Leben. Smurfy, such mal, was macht Kärchen? Oh, geh schnell! Wackelrutsch! Los, Smurfy kaputt! Ist da was drin auch oder nur? Nö. Nö. Musik mal ausmachen. Wegen der Sperrung der GEMA-Gedöns. Ja, GEMA. Geh mal, geh mal weg. Geh mal Schnaps holen. Eti, was ist mit deinem Kopf los? Ja, wir haben schon alles erledigt jetzt. Haben wir doch, oder? Muss ich noch irgendwas machen? Na, du hast Witz frei. Witz frei. Kann ich nicht Haushalten, den wir noch machen. Ja, nach rechts. Ist doch. Mit Holiday and Ice? Ja, Holiday and Ice. Und ich habe den hier. Den tollen Wachbieger. Der liegt bewacht vor drei eingefrorenen Blättern. Ja. 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 Wir haben jetzt Mittagspause in fünf Minuten. Leicht. Fahren nach Hause. Da gibt es hier Reste Linsensuppe mit Brötchen, die wir noch holen. Und dann chillen wir auf dem Sofa. Ich habe den Kamin nochmal richtig angefeuert, bevor ich losgegangen bin mit Smurphy. Smurphy. Das ist gleich schön warm. Das Ordnungsamt fährt hier vorbei. Oh, oh. Kontrolle von allen Seiten. Gucken wir mal, was wir noch machen. Ob das Smurphy in Mundschutz trägt. Das ist so kalt. Ich bin heute mit Handschuhen spazieren gewesen. Trotzdem war es kalt. Ich habe normalerweise, haben wir uns beide mal vor Jahren so eine Wellensteinjacke geholt und die hält so super warm. Also wenn ihr eine richtig super Winterjacke sucht, empfehle ich euch eine Wellenstein. Die hält richtig, richtig warm und die kann man jahrelang tragen. Ich hatte immer, mit Bernd auch, der hatte auch das Problem, dass die Reißverschlüsse kaputt gehen oder irgendwann die Nähte aufgehen. Und die sind so wirklich für Jahrzehnte geeignet und warm. Allerdings passt mir meine zur Zeit nicht, weil ich so zugenommen habe. Und deswegen habe ich diese Umstandsjacke, die auch für den Herbst super ist, aber für den Winter nicht so. Ja. Oh ja, komm. Voll Fokus auf die Hände. Ja, du könntest ja da, weiß ich nicht, was für ein geiles Leckerchen drin haben. Du brauchst einen Ochsenkopf in der Hand halten. Ja, gut. Wir fahren jetzt nach Hause. Sitz! Aber das fühlt sich so schön, um mir die ihm zu geben. Ja, dann kriegt er ja auch nicht so Fetzen. Voll gemein. Jetzt sieht er den. Warte. 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 Das ist so doof. Ja, es ist doch klar, dass er den haben will. Oh. Oh, der ist so niedlich. Du bist gemein. Oh. Warte, guck mal hier. Warte, guck mal hier. Guck mal hier. Gefällt er dir, Calvino? Ja, ich liebe ihn. Ja. Wo kriegt man denn an? Unten. Wo brecht ich dir draufpressen. Ja. Er sagt, er hat vor gar nichts Angst. Angst. Vor gar nichts Angst. Da seid ihr happy, ne? Ja. Ach, der Superwecker. Ja. Für alle Langschläfer in der Haus. Warum ist der Superwecker? Weil der so laut ist. Und da muss man dann oben drauf rutschen. Nee, das geht gar nicht. 5-4 Minuten los. Jetzt geht's? Ja, bist du aufgestanden. Nicht wahr? Noch geiler ist der, wenn man den in eine Schüssel mit Löffel reinmacht. Und wie kriegst du dann den aus? Bis du den ausmachst. Kannst du ja morgen früh testen. Wenn der klingelt. Wir verstecken den jetzt. Ach, den weißen Knopf, ne? Ja. Wir verstecken den jetzt jeden Abend in deinem Zimmer. Wie geht der? Ja, ich bin jetzt morgens rüber auszünden. So, wir haben jetzt Abendbrot gegessen und schaut mal, was passiert ist. Ich hab gerne immer so Kerzen an beim Abendbrot. Weil das so schön ist. Und die ist ausgelaufen auf diesen Korkuntersetzer. Ja, ich versuche mal jetzt den ins Eisfach zu legen. Ob das dann wieder sauber geht. Schade. Naja, nutzt nichts. Wir versuchen das mal. Ach so, die Männer sind jetzt mit dem Smurfy eben laufen. Ich darf hier bleiben. Weil ich soll mich ja immer schonen. Und ich laufe ja schon den ganzen Tag immer ganz viel hin und her mit dem Hund. Mich verschwommen? Nein, das geht. Also ich gehe halt sehr viel mit ihm spazieren. Und hier im Haus und so. Ihr wisst, die ganze Zeit möchte ich mich schonen. Deswegen bleibe ich zur Zeit abends öfter hier zu Hause. Wenn die mit dem Smurfy spazieren gehen, die letzte Runde abends. Ja, ich räume jetzt hier noch auf. Ja, das wurde auch geschrieben. Michaela, was verstehst du nicht daran? Dich sollt sich schonen und so. Weil ich in einem Video gesagt habe, ich soll mich schonen. Und dann habe ich dann doch halt irgendwas gemacht. Und jetzt mache ich ja auch was. Ich räume die Küche auf. Aber normalerweise hätten wir jetzt die Küche aufgeräumt werden, dann erst spazieren gegangen. Und so sind jetzt die Männer spazieren und ich räume in der Zeit die Küche auf. Also es ist dann schon weniger Arbeit, in Anführungsstrichen, wenn ich nicht mit spazieren gehe. Und ich ruhe mich auch für meine Verhältnisse viel aus. Auch wenn das nicht so aussieht im Video. Oh, so. Wenn das in den Videos nicht so aussieht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stunde auf dem Sofa liege, macht es ja auch keinen Sinn, wenn ich das filme. Also wisst ihr, wenn ich jetzt im Zeitraffer packe, wie ich auf dem Sofa meine Serie Outlander gucke oder so, dann ist das ja voll langweilig. Deswegen filme ich das nicht. Und in der Mittagspause heute haben Bernd und ich auch auf dem Sofa gelegen und ein kleines Nickerchen gemacht. Also machen wir schon alles. Dann kann ich gleich die brummende Spülmaschine wieder einschalten. Kennt ihr diese Wecker, die so laut sind? Ja, da bin ich gespannt, wie Calvino morgen früh damit klarkommt. Ich hatte früher auch so einen, der hier ist jetzt mit Batterie und ich hatte früher so einen zum Aufziehen, weil ich auch oft den Wecker nicht gehört habe. Und bei Calvino ist es auch manchmal so, dass wir den ganz oft wecken müssen, bis der aufsteht. Deswegen haben wir jetzt diesen Wecker bestellt. Wir hatten erst einen anderen bestellt bei Amazon. Und da hatten wir nicht auf die Größe geachtet. Der war halt etwas kleiner, also die Hälfte ungefähr. Und der war auch nicht so laut, was dann ja doof ist. Der soll ja schon richtig Rums haben. Ja, und jetzt kam der und das ist genau der Richtige. Und ich glaube, da wird Calvino keine Probleme mehr haben, aufzustehen, weil wir werden den verstecken in seinem Zimmer. Und den kann man ja halt nur ausmachen, wenn man halt da ist und den wirklich betätigt. Und dann ist er ja schon aufgestanden. So, hier habe ich noch eine Kerze. Das sind alles so alte Kerzen, die ich jetzt nach und nach abbrennen möchte. Und ja, die hatten wir halt in der alten Wohnung immer. Da hatten wir keinen Platz, wo ich die hinstellen konnte, ohne dass der Hund da drankommt. Außer halt so weit oben, dass es so keinen Sinn macht, die anzumachen. Deswegen habe ich die immer ausgelassen. Und die habe ich jetzt halt mit hier hingenommen. Hier haben wir schön viel Platz. Und hier kann ich diese ganzen Kerzen nach und nach aufbrauchen. Gerade jetzt so zur kalten Jahreszeit ist das total schön, wenn es halt dunkel wird. Und die Kerzen sind an. Da freue ich mich. So, und Calvino mag das auch total. Er dachte, er findet das toll, dass wir jetzt noch Energie haben. Er dachte, er muss jetzt noch ein bisschen toben und kämpfen. Er war ganz lieb heute. Ja? Au! Au! Eti, nicht so brutal. Du weißt, dass ich Schmerzen empfinde mehr als du. Aus! Aua! Er ist der Titan-Biegel. Baaaa! Aua! Au! Au! Oh, jetzt wird er aber wirklich böse. Hey, Freundchen! Nicht so toll. Hey! Aua! Au! Eti, dann spiele ich nicht mit dir. Nein, dann spiele ich nicht mit dir. Eti? Nicht so doll. Au! Au! Wo ist der? Bring ihn fein! Bring ihn fein! Hier liegt überall alles rum. Bring ihn fein! Bring ihn fein! Bring egal was. Ich meine Ritze, aber gucken sie mich mal an. Oh! 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 Was viel zu schönes für Schrömmeln. Haben wir auf dem Trödelmarkt gekauft. Er hat aber auch Kraft in der Lefze, ne? Ja, klar. Und er spielt nur, weil ich mach. Ja, der bricht richtig Knochen durch, ne? Bei dem Einhorn hat mein Mädchenherz richtig geblutet. Etis Herz war aber aufblühen. Ja. Er sagt, ein richtiger Beagle kann alles fetzen. Oh! 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 Bittibu! Das sieht immer so aus, wie ich mich fühle. Mhm. Ja. Wir wollten das Video nur beenden. Wir gucken jetzt einen Film. Welcher Film ist das? Careers. Careers. Ich glaube, den haben wir schon gesehen. Wir gucken mal rein. Und ich sage euch morgen, wie der so war. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!